Liebe Studierende, nach der kurzen Pause können wir mit der Diskussion des Dieselmotors weitergehen. Bevor wir eigentlich die Berechnung des Wirkungsgrades durchführen, möchte ich vielleicht hier noch etwas betonen. Und zwar, dass wenn wir zwei adiabatische oder adiabatische Prozesse allgemein betrachten, wissen wir, dass bei solch adiabatischen Prozesse keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht wird. Das bedeutet aber nicht, dass keine Temperaturänderung möglich ist. So zwischen A und B kann natürlich die Temperatur sich verändern, genauso gleich wie zwischen C und D, obwohl eben keine Wärme ausgetauscht wird. So üblicherweise, man muss das eigentlich betonen, weil es ist üblich oder passiert sehr oft, dass man falsche Überlegungen diesbezüglich entwickelt. Und zwar, dass bei adiabatischen Prozesse, wo Delta Q gleich Null ist, auch keine Temperaturänderung gibt. Ganz im Gegenteil. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei isothermischen Prozesse. Obwohl bei isothermischen Prozesse die Temperatur konstant bleibt, bedeutet nicht natürlich, dass keine Wärme ausgetauscht wird. Wir haben auch in der Vorlesung gesehen, dass um tatsächlich bei isothermischen Prozesse die Temperatur konstant zu behalten, kann man oder muss man Wärmemenge Delta Q austauschen. So das nur eben als Nebenbemerkung. Aber kehren wir zum ursprünglichen Problem. Wir haben eigentlich erstens die allgemeine Definition hier des Wirkungsgrades entwickelt und jetzt müssen wir mit dieser Definition der ausgetauschten Wärme in unserem Kreisprozess des Dieselmotors, müssen wir konkret spezifisch den Wirkungsgrad berechnen. So in anderen Worten müssen wir jetzt diese Formel entwickeln. Und ich kann auch meine vorherigen Ergebnisse benutzen. Das ist dann 1 minus CV mal TD minus TA. Und dann muss ich jetzt das dividieren durch CP mal TC minus TB. Das ist eigentlich die zwei Wärme, die wir hier vorher berechnet haben. Und was ich jetzt machen kann, ich kann überall durch CV dividieren. Und dann kann ich das so schreiben als 1 minus TD minus TA gedeiht durch CP durch CV. Aber wir wissen, dass CP durch CV ist gleich dem adiabaten Exponent Gamma. Wir gehen davon aus, dass das eine Bekannte des Problems ist. So, dann haben wir hier Gamma mal TC minus TB. Zusammengefasst, ich bin eigentlich von diesen zwei Rechnungen für die effektiv ausgetauschte Wärme gestartet. Ich habe die in der allgemeinen Formel für den Wirkungsgrad hineingesetzt oder hinzugefügt und erreichte somit eine Darstellung des Wirkungsgrades als Funktion der Temperaturen in meinem Kreisprozess. Gefragt ist aber die Darstellung des Wirkungsgrades als Funktion der Volumina des Kreisprozesses selber. So, jetzt muss ich einen Weg finden, um Temperaturen in Volumen umzuwandeln. Und hier kann ich die Tatsache benutzen, dass wir mit adiabatischen Prozessen zu tun haben. Das heißt, zwischen A und B sowie zwischen C und D haben wir mit einer adiabatischen Kompression und adiabatischen Expansion zu tun. Jetzt, wenn man von adiabatischen Prozessen redet, wissen wir, dass die sogenannte Poisson'sche Gleichung gültig sein müssen. Und es gibt drei Poisson'sche Gleichungen. Die Frage ist immer, welche der drei äquivalente Poisson'sche Gleichungen muss ich hier anwenden. Also wir starten von einer Situation, wo Wirkungsgrad als Funktion der Temperaturen dargestellt ist, aber ich brauche dies als Funktion der Volumina. So, ich wähle die Poisson'sche Gleichung, die gerade diese zwei primäre Zustandsvariablen verknüpfen. Das heißt, wir haben die Poisson'sche Gleichung Temperatur mal Volumen hoch adiabatischen Exponent Gamma minus 1 gleich eine Konstante. Das ist die wichtige Gleichung. Und tatsächlich, in unserem Kreisprozess kann ich jetzt aus dieser Poisson'sche Gleichung folgende Gleichungen schreiben. Das heißt, zwischen A und B muss folgendes gültig sein. T A mal V A hoch Gamma minus 1 muss gleich sein. T B mal V B hoch Gamma minus 1. Weil eben bei einem adiabatischen Prozess so ein Produkt muss immer konstant bleiben. Das Gleiche kann ich aber auch schreiben zwischen C und D. Das heißt, T C mal V C hoch Gamma minus 1 muss gleich sein T D mal V D hoch Gamma minus 1. Wobei ich weiß gleichzeitig, dass bei dem isochoren Prozess zwischen D und A, das heißt, hier habe ich immer mit dem gleichen Volumen zu tun. Das heißt, V D ist identisch wie V A. Dann kann ich schon mit Hilfe diese Poisson'sche Gleichungen in meiner konkreten Situation, kann ich den Wirkungsgrad wie folgt und formen. Das haben wir 1 minus, dann haben wir für diese erste Gleichung, haben wir T C mal V C geteilt durch V D hoch Gamma minus 1 minus T B hoch mal V B geteilt durch V A hoch Gamma minus 1. Und das Ganze ist dann geteilt durch Gamma minus T C minus, Gamma, Entschuldigung, als adiabatischen Exponent mal T C minus T B. Okay, so ich habe eigentlich mit Hilfe der Poisson'sche Gleichungen hier, habe ich eigentlich schon beim oberen Teil T D und T A eliminiert. Jetzt muss ich noch einen Weg finden, um T C und T B zu eliminieren. So, ich kann hier vielleicht folgendes schreiben. Ich kann oben und unten durch T C teilen, das heißt, wir haben hier 1 minus, dann haben wir V C geteilt durch V D hoch Gamma minus 1 minus T B geteilt durch T C mal V B. T B geteilt durch V A oder V D, kann ich vielleicht schon V D benutzen, weil das sind identisch, hoch Gamma minus 1. Und unten haben wir dann adiabatischen Exponenten Gamma mal 1 minus T B geteilt durch T C. Und jetzt, wie kann ich T B über T C als Funktion von Volumen ersetzen? Hier muss ich mich erinnern, dass als Arbeitsmedium in meiner Wärmekraftmaschine ein ideales Gas betrachtet ist. So, bei einem idealen Gas wissen wir, dass das ideale Gasgesetz gültig sein muss, nämlich P mal V, Volumen mal Druck, ist dann gleich Anzahl Molen, allgemeine Gaskonstante, Temperatur T. So, jetzt hier bei dem isobaren Prozess können wir so vorschreiben, dass P B mal V B muss gleich sein, Anzahl Molen mal allgemeine Konstante mal T B. Aber gleichzeitig können wir auch schreiben, dass P C, V C ist gleich N als Anzahl Molen, natürlich haben wir immer mit der gleichen Anzahl von Molen zu tun in beiden Punkten, allgemeine Gaskonstante mal T C. Und jetzt, ich muss mich erinnern, dass P B und P C gleich sind, weil zwischen Punkt B und C im Kreisprozess habe ich mit einem isobaren Prozess zu tun. So, Druck bleibt konstant. So, man sieht sofort, dass wir können hier T B geteilt durch T C, also wir können beide Gleichungen teilen, so T B geteilt durch T C ist nicht anders als V B geteilt durch V C. Und jetzt, wir können so ein Verhältnis zwischen beiden Temperaturen in einem Verhältnis zwischen bekannten Volumen ersetzen und wir können dies dann in diese Gleichung hier hinzufügen. Und was dann schlussendlich folgt für den Wirkungsgrad ist dann 1 minus V C geteilt durch V D alles hoch Gamma minus 1 minus V B geteilt durch V C mal V B geteilt durch V D hoch Gamma minus 1. Und so eine Formel lässt sich dann eigentlich noch weiterentwickeln und eventuell umformen in eine kompaktere Schreibweise, Deshalb, das überlasse ich Ihnen mit den Musterlösungen. So, ich glaube, dass diese Übung war sehr interessant. Einerseits konnten wir mit dieser Übung nochmals das Konzept der Wärmekraftmaschine wiederholen und besonders hier die Definition des Wirkungsgrads diskutieren. Und dann haben wir in einem konkreten Beispiel, nämlich wir haben den Kreisprozess des Dieselmotors diskutiert. Und schlussendlich konnten wir auch bei der mathematischen Entwicklung des Wirkungsgrads in dieser spezifischen Situation, konnten wir auch noch die adiabatischen Prozesse ausnützen, besonders die Folge eines adiabatischen Prozesses, nämlich, dass bei solchen Prozesses die sogenannte Poisson'sche Gleichung gültig sein müssen. Und wie ich eigentlich vorher angedeutet hatte, sobald diese Formel erreicht wurde, handelt es sich um eine mathematische Umformung via der Benutzung der Poisson'sche Gleichung, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, nämlich, um eine Darstellung des Wirkungsgrades als Funktion der Volumina des Kreisprozesses zu eruieren. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.